Hier steht der Hitze, wie ich mich hochgehe auf meinem Baumhaus. Das erste Video, da war ich oben gesitzen. Hinter dem, mit einem freundlichen Busmärz. Da einer mal unter Mottenkuchen Otterin und den Kampf klettert ich auf einen schwierigen Einsatzbaum. Wenn ihr auch mal auf dem Baum wollt, durch das ein Sprit-Schlupfummel sich oben hinsetzen könnte, das ist voll schwer, auf so einen oberigen Baum zu klettern. Na, die Videoten haben noch keine Energie mehr. Soll ich mir das noch schaffen? Ach, wie hab ich immer Angst, wenn ich oben falle. Man kennt ja das Gefühl, wenn man so Angst hat. Aber ich, ich bin ein junger Bursche. Das macht mir nichts. Und jetzt sieht er mich auf meinen Thron. Aufnahme von vorne. So, jetzt haben wir was zum Eigenheimbesitzer. Was ist denn das? Ich sitze hier oben auf meinem Thron und muss auf dem Platz aufpassen. Wenn ein Kind was passiert, dann denke ich, dann kletter ich runter und guck mal, was ist. Aha. Achso, ich dachte, du hältst Hofstaat ab auf deinem Thron. Aber das ist ja auch mein Thron. Ich pass nur auf den Platz auf. Aha. Und auf was für einem Baum sitzt du da? Auf einer Eiche. Einer jungen Eiche, ne? Ja, auf einen Baby-Eiche. Du kannst doch jetzt mal von hinten gucken, da siehst du schon, wie klein die ist. Das brauchen wir nicht. Das sieht man schon, wenn du da drauf sitzt. Ach, der Impro-Mess. Das ist kleiner als du denkst. Hä, guck mal, wie der Thron ist. So, was hast du jetzt noch der Welt zu sagen? Wenn ich hier obi fall, dann will ich genau hier oben sitzen und beerdigt hier liegen. Tod wie eine Leiche. Wenn ich obi fall, will ich dann hier liegen. Okay. Als Leiche, wenn ich obi fall. Okay. Und da kann man hinschreiben, Dynamite oder Rino oder Mottenkugel gestorben. Okay, machen wir. Tschüss. Tschüss.